Ich bin ein bisschen auf die Folter gespannt, weil vor zwei, drei Minuten war er noch nicht da. Jetzt ist allerdings der nächste Gast da. Im Jahre 1973 fing er an, eine Drogeriemarktkette groß zu machen, und zwar den DM-Markt. Das wurde relativ schnell von Deutschland nach Österreich und dann noch in sehr, sehr viele osteuropäische Länder exportiert. Unglaublich erfolgreich. Das macht er immer noch. Allerdings ist er auch in den vergangenen Jahren unter die Autoren gegangen. Er hat ein Buch geschrieben, das in allen Talkshows dieser Republik besprochen wurde, rauf und runter, mit dem Titel Einkommen für alle. Meine Damen und Herren, darüber wird er reden. Herzlichen Applaus bitte für Professor Götz Werner. Ja, guten Tag. Sehr verehrte Kundinnen, liebe Kunden. Weil jetzt sind Sie meine Kunden. Sie sind hier, weil Sie sagen, naja, irgendwas Vernünftiges wird der Werner ja schon sagen. Warten wir mal ab. So verhält sich der Kunde. Der Kunde sagt, der wird ja was hervorbringen, was mich interessiert. Und ich bin zu Ihnen gekommen, weil ich mir gesagt habe, naja, also so wenig können ja gar nicht da sein. Und so minder Begabte können ja gar nicht da sein. Dass die von der Idee, die ich Ihnen vortragen möchte, dass da nicht wenigstens einige sind, die sagen, oh, das ist eine Sache, die mich interessiert. Also ich rechne mit Ihrer Empfänglichkeit und Sie rechnen mit meiner Produktivität. So ist das in unserer Gesellschaft. Unsere Gesellschaft hat immer die Grundlage auf Produktivität und Empfänglichkeit. Und natürlich ist so ein Bloggerpublikum, kann ich Sie so nennen, ja, Bloggerpublikum. Das ist natürlich eine ideale Zielgruppe für sowas, weil das sind aufgeschlossene Menschen. Das sind Menschen, die das Neue suchen, die sich neuer Wege, neuer Medien bedürfen. Und außerdem sind es Menschen, die tätig werden. Die tätig werden, die nicht erst anfangen zu warten und fragen, wie wird mir das bezahlt. Sondern die loslegen, weil sie in der Sache einen Sinn sehen. Das ist das Interessante an Ihnen. Deswegen bin ich hierher gekommen, um mit Ihnen über dieses Thema zu sprechen. Es ist ja die Frage, die eigentlich jeder Mensch in sich haben müsste. Diese Frage, in welcher Gesellschaft wollen wir leben? Ist das die Gesellschaft? Ist die so konfiguriert? Sind die Rahmenbedingungen in dieser Gesellschaft so gestaltet? Irgendwie kommen diese Mikrofone durcheinander, kann es sein? Also ist die Gesellschaft so, sind die Rahmenbedingungen so gestaltet, dass die Menschen in dieser Gesellschaft tätig werden können? Tätig werden können. Das ist ja, sagen wir mal, der Unterschied von einem Menschen zu einem Tier. Der Mensch ist ein Tätigkeitswesen. Ein Ausdruckswesen. Wir versuchen das zwar untereinander immer wieder zu verhindern, indem wir unsere Mitmenschen permanent beeindrucken wollen. Aber eigentlich ist der Mensch ein Ausdruckswesen. Und er ist eben ein Wesen, der sich entwickeln möchte, der Biografie schreiben möchte, der Spuren hinterlassen möchte in seinem Leben. Der Ausdruck geben möchte seines individuellen Existenzbedürfnisses. Und ist unsere Gesellschaft so, dass sie in uns Menschen eher das Non-Konformistische oder eher das Konformistische anspricht? Und da habe ich natürlich hier mit einem Auditorium zu tun, wo lauter potenzielle Non-Konformisten, also wenn wir jetzt noch die Zeit vor der Wende hätten, dann werden sie sozusagen, wer das Auditorium durchsetzt von Stasi-Mitarbeitern, dafür sorgen wollen, dass sich ja nichts entwickelt, was non-konformistisch ist. Aber das Neue in die Welt zu bringen, das ist ja das eigentlich Spannende. Und die Idee des bedingungslosen Grundeinkommens ist so was Neues. Das ist ein Paradigmenwechsel. Ein Paradigmenwechsel, wie Sie ihn sich grundlegend da gar nicht vorstellen können. Wie führe ich Sie da jetzt ran an das Problem? Naja, also ich hatte mal ein Erlebnis. In einer Grundschule in Stuttgart-Möhringen, vierte Klasse, ich sollte den Schülern, den Viertklässlern, 38 Kinder waren das, soll ich ein Märchen vorlesen in der Adventszeit. Und da habe ich Ihnen ein schönes Märchen vorgelesen. Und nach dem Märchen, die waren sehr aufmerksam, hatten das sehr gut vorbereitet, hatten so einen schönen Ohrensessel besorgt, wo ich da drin sitzen konnte. Adventsstimmung, versetzte ich das mal rein und dann habe ich da dieses Märchen vorgelesen. Das war das Märchen von des Kaisers neuen Kleidern. Das hing dann mit der Finanzkrise natürlich zusammen. Und dann, nach dem Märchen, deswegen erzählte ich es Ihnen aber, sagte dann die Klassenlehrerin, Herr Werner, die Kinder würden Ihnen gerne noch ein paar Fragen stellen. Sagte ich, ja gerne, ich habe noch Zeit. Beim Vorlesen ist mir aufgefallen, dass so ziemlich nah vor mir saß so ein Zehnjähriger, aber wissen Sie, wie so Kinder sitzen können, so hoch konzentriert auf der absoluten vordersten Kante des Stuhles saß der. Das fiel mir schon beim Vorlesen auf. Und dann kam so die erste Frage, zweite Frage von verschiedenen, und dann kam plötzlich der und er, und zwar auf die Weise, dass er sagte, seit wann arbeitest du eigentlich? Da war ich natürlich ein bisschen perplex, ne? Kleinen Schluck Wasser getrunken. Und dann habe ich gesagt, ja was ist denn Arbeit überhaupt? Und da war, das hat gar nicht lange gedauert. Die Kinder waren sich ziemlich schnell einig, sie haben nämlich übereinstimmend gesagt, Arbeit ist, was gut bezahlt wird. Ja, aber das ist doch, also da war ich sprachlos erstmal. Arbeit ist, was gut bezahlt wird. Ich war sprachlos, habe die Sprachlosigkeit dadurch überwunden, dass ich gesagt habe, so, so, vielleicht sogar ein drittes Mal, so genau weiß ich nicht mehr. Und dann habe ich gesagt, ja und wie ist denn das, wenn die Mami für euch was tut? Und wie ist denn das, wenn der Papa für euch was tut? Und wie ist denn das, wenn die Oma am Wochenende euch wütet? Und euch hilft bei den Aufgaben? Ist das keine Arbeit? Haben Sie gemeint? Doch, das ist auch Arbeit. Also was ist mir da so ganz deutlich geworden? Na, vielleicht muss ich so rum sagen, wo haben die Kinder denn das her? Also ganz sicher haben die Kinder das nicht mit auf die Welt gebracht. Also mit der Idee sind diese Zehnjährigen nicht auf die Welt gekommen. Dass sie gesagt haben, Arbeit ist, was gut bezahlt wird. Das müssen Sie aus einer von unserer, in der Sozialisation erfahren haben. Und jetzt muss man sagen, ja ist das denn so? Sind Sie auch der Arbeit, sind wir denn wirklich der Meinung, dass gute Arbeit Arbeit ist, die gut bezahlt wird? Das ist doch, das kann doch nur ein Missverständnis sein. Aber das Missverständnis ist offensichtlich so durchschlagend, dass das noch dazu im Schwabenland, also in Stuttgart, bei 40 Zehnjährigen zu so einer Erkenntnis führt. Aber das ist unser gesellschaftliches Problem. Wir messen den Wert der Arbeit an der Art der Bezahlung. Und nicht an dem Sinn, den diese Arbeit macht. Und das kommt daher, dass wir Arbeit und Einkommen miteinander verkoppeln, bewusstseinsmäßig. Ja, man könnte sagen, in unseren Herzen, in unserer Seele tun wir es miteinander verkoppeln. Wenn wir es wenigstens bewusstseinsmäßig täten, dann würden wir schneller dahinter kommen, dass es gar nicht sein kann. Dann würden wir nämlich dahinter kommen, und lassen Sie mich das vielleicht als Einstieg nehmen, dass, wenn Sie arbeiten wollen, wenn Sie tätig werden wollen, dann brauchen Sie ein Einkommen. Also, das Einkommen ist nicht die Folge der Arbeit, sondern es ist die Voraussetzung für die Arbeit. Weil ich ein Einkommen, über ein Einkommen verfüge, egal aus welchen Quellen, bin ich überhaupt in der Lage, tätig zu werden. Weil das Einkommen, das brauche ich, um leben zu können. Um meine physische Existenz zu regenerieren, brauche ich das Einkommen. Die Arbeit brauche ich, um mich in die Gesellschaft, in der Gesellschaft auszudrücken. Das ist ein ganz anderes Thema. Die Zusammenarbeit mit anderen Menschen brauche ich, weil ich mich entwickeln möchte. Das Einkommen brauche ich, weil ich leben muss. Ich halte das für den wesentlichsten Denkertum, den wir in unserer Gesellschaft haben. Diese Verkoppelung von Arbeit und Einkommen. Die ja dann so weit führt, dass wir meinen, wir müssen die Menschen in die Arbeit zwingen, damit wir ihnen ein Einkommen zugänglich machen können. Deswegen könnte man ja sagen, ja gut, der ganze Hartz-IV-Zirkus ist ja wirklich nur zum Lachen. Das ist offener Strafvollzug. Die Menschen, man versucht, man muss da ganz radikal sein in der Betrachtung. Also mindestens im Denken sollte man da radikal sein. Das ist eigentlich der Versuch, die Menschen, nur weil man dieses Paradigma hat, dass wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen, dass man deswegen die Menschen zur Arbeit verpflichtet, zur Arbeit nötigt, möchte ich mal sagen, obwohl die Arbeit, die sie machen, für sie persönlich, aber auch für uns gar keinen Sinn macht. Wenn Sie diese Beschäftigungsgesellschaften da, mit denen die Arbeitslosenstatistik frisiert wird, wenn Sie das anschauen, was da gemacht wird. Dramatischer Unfug. Dramatischer Unfug. Und da kann man nicht sagen, ja, das interessiert mich gar nicht, das betrifft ja nicht mich. Naja, wollen Sie denn haben, das mit Ihren Mitmenschen so umgegangen wird? Haben wir das überhaupt nötig? Haben wir das nötig, andere Menschen dazu zu zwingen, was zu machen, was für uns keinen Sinn ergibt und was sie eigentlich nicht wollen? Haben wir das nötig? Haben wir nötig, haben wir nötig, Armut in unserem Land zu akzeptieren? Haben wir das nötig? Müssen wir uns das leisten, dass es Altersarmut gibt? Müssen wir uns das leisten, dass es Kinderarmut gibt? Wo wir noch nie so viel Güter und Dienstleistungen zur Verfügung hatten wie heute? Sehen Sie irgendwo in unserer Republik, dass Güter und Dienstleistungen nicht verfügbar wären? Sehen Sie das irgendwo? Worin begründet sich denn eigentlich der Reichtum einer Gesellschaft? Der kann sich doch nur darin begründen, aus der Verfügbarkeit von Gütern und Dienstleistungen heraus. Und haben wir nicht ein anderes Problem, dass wir dann immer auf das Geld schauen und meinen, das Geld wäre der Wert. Das wundert mich immer wieder, weil als ich in den Jahren 1988, 89 und dann 90, 91, also besonders 88, 89 häufiger mal im Ostblock war, unter anderem auch in der DDR, da ist mir schon aufgefallen, dass die Menschen, die waren finanziell waren die recht liquide. Bloß wenn sie dann in so einen Laden gegangen sind, war nichts im Regal. Wenn man nach Russland gefahren ist, war es sogar noch schlimmer wie in der DDR. Da war noch weniger im Regal. Geld hatten die, aber waren keine Güter da. Da hätten wir doch eigentlich lernen können, na ja, ja, der Engpass sind die Güter, nicht das Geld. Weil Geld folgt ja immer der Gütermenge. Also, wenn wir viel Güter hervorbringen, dann ist auch viel Geld im Umlauf. Wenn wir viel vertrauen auf die Produktivität der Gesellschaft, dann ist auch viel Geld im Umlauf. Aber das Geld hat in dem Moment keinen Wert, wenn es keine Güter dafür gibt. Also hat doch Geld in Wirklichkeit gar keinen Wert, sondern es ist nur die Vermutung, dass ich dafür Güter bekomme. So, und jetzt, wenn wir so viel Überfluss haben an Gütern, dann muss man sich fragen, ja, warum leisten wir uns dann Kinderarmut? Warum leisten wir uns Altersarmut? Warum meinen wir uns notwendige Dienstleistungen nicht leisten zu können? Warum meinen wir, wir könnten die Straßenschäden nicht finanzieren, wenn gleichzeitig die Straßenbaufirmen zu wenig Aufträge haben? Da gibt es den leider nicht so berühmten Spruch von Oswald Nadel-Bräuning, das war der katholische Sozialphilosoph, der 100 Jahre alt wurde, 106 Jahre, glaube ich, der sagte, alles, was produziert werden kann, ist auch finanzierbar. Und dann kam aber noch ein wesentlicher Nachsatz, der heißt, vorausgesetzt, wir haben den ehrlichen Willen dazu. Vorausgesetzt, wir haben den ehrlichen Willen dazu. Anderes Schlaglicht. Wir hätten das ja schon lernen können bei der Kohlekrise. Die Kohlekrise, damals war ich 14 Jahre alt, 1958, kam ja so ganz plötzlich in das Wirtschaftswunder der Bundesrepublik. Plötzlich ist die Kohle nicht mehr verkauft worden. Es war wirklich plötzlich. Wenn Sie uns das mal historisch verfolgen, ganz interessant. Es kam ganz überraschend für das gesellschaftliche Bewusstsein. Und dann kann ich mich noch erinnern, als 14-Jähriger, wie damals die die Kumpels im Ruhrgebiet mit den Bergmannskapellen vorne demonstriert haben für ihre Arbeitsplätze. Und da weiß ich noch genau, wie mein Vater damals sagte, du Götz, die demonstrieren nicht für ihre Arbeitsplätze. Weil in 3000 Meter Tiefe bei 38 Grad Celsius unter lebensfeindlichen Bedingungen zu arbeiten, das ist kein besonderes Vergnügen. Demonstrieren tun, die für ihre Einkommen. Weil die Einkommen brauchen sie. Da ist mir das als 14-Jähriger, da hat man ja noch keine Vorurteile, ein wenig Vorurteile, da ist mir das ziemlich klar gewesen. Klar, ich habe es ja logisch, die demonstrieren nicht für ihren Arbeitsplatz, die demonstrieren für ihren Einkommensplatz. ist das nicht ein riesengesellschaftlicher Irrtum? Und das können Sie verfolgen, die Werftenkrise, die Stahlkrise, die Automobilkrise, Opel ist ja das neueste Beispiel. Wir wiederholen immer wieder den gleichen Fehler. Ja, also wir sagen ja, die müssen die Arbeitsplätze erhalten bleiben. Ja, nicht, weil wir die Autos so dringend benötigen, haben wir nämlich eine unglaubliche Überkapazität, sondern weil die Menschen ihr Einkommen benötigen. Wir können das halt umdenken. durch diese Verkoppelung von Arbeit mit Einkommen. Das ist ein ganz fatales Paradigma, was uns da sozusagen am Schlawittel hält. Das ist das Problem. Wenn Sie da sich öffnen können, in Ihrer Art und Weise, wie Sie die Gesellschaft beobachten, dann werden Sie sagen, das ist eigentlich Nonsens. Und jetzt stellen Sie sich vor, weil wir das so denken. Und denken den Arbeitsplatz als Einkommensplatz. Was hat das eigentlich für eine Folge, für eine individuelle Folge, für den Einzelnen, wenn er keinen Arbeitsplatz hat, sondern nur einen Einkommensplatz? Also er macht die Arbeit, nicht, weil er einen Sinn in der Arbeit sieht, sondern weil er dringendes Einkommen braucht. Und das nicht nur eine Woche lang, sondern fünf Jahre lang, zehn Jahre lang, 20 Jahre lang, 30 Jahre lang. Macht immer was, wo er in der Arbeit gar keinen Sinn sieht, aber das Einkommen braucht er dringend. Was das für eine Folge hat? Wenn Sie mal vorziehen, Sie sind so als Individuum auf die Welt gekommen, haben sich was vorgenommen. Wenn Sie zehn sind, dann wissen Sie, dass nur gut bezahlte Arbeit Arbeit ist. Und dann tun Sie Ihr ganzes Leben lang etwas machen, worin Sie keinen Sinn sehen. Ist das nicht eine Katastrophe? Und hat es nicht was zu tun mit unserer Volksgesundheit? Mit unserer seelischen Gesundheit? Also ich empfehle Ihnen einfach mal, so in Ihrem sozialen, in Ihrem Soziotop, wo Sie sich befinden, mal so zu gucken, wie ist das eigentlich bei den Menschen, die ich da kenne? Haben die einen Arbeitsplatz oder haben die nur einen Einkommensplatz? Und das ganze Bemühen von einem Verantwortlichen in einem Unternehmen muss eigentlich sein, immer sich zu fragen, wer hat denn hier bei uns einen Arbeitsplatz und wer hat nur einen Einkommensplatz? Und die Aufgabe im Management ist, dafür zu sorgen, Rahmenbedingungen zu schaffen, dass aus dem Einkommensplatz ein Arbeitsplatz wird. Also dass wir etwas machen, dass der Einzelne etwas machen kann, was für ihn sinnstiftend ist. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, wir würden dieses Paradigma, nur wer was arbeitet, kann auch ein Einkommen beziehen, wir würden das auflösen. Wir würden wirklich sagen, aus der Erkenntnis heraus, das sind zwei Paar Stiefel, Einkommen brauchen die Menschen, damit sie leben können, Arbeitsplatz, eine Arbeit finden, wollen die Menschen, eine Arbeit finden wollen die Menschen, weil sie sich entwickeln wollen. Weil wir in der Arbeit über uns hinaus wachsen können. Dazu brauchen wir die Gemeinschaft. Als Einzelgänger, als Eridmit, können sie nicht über sich hinaus wachsen. Da brauchen wir die Gemeinschaft dazu. Wenn wir diesen anderen Gesichtspunkt hätten, dann wäre es plötzlich deutlich, dass wir sagen, naja gut, die Begründung für das Einkommen ist die Tatsache, dass er lebt. Die Begründung für die Arbeit ist, dass er darin einen Sinn sieht. Also Arbeit entsteht da immer erst dann, wenn ich als derjenige, der Produktivität und Empfänglichkeit, was ich am Anfang sagte, wenn ich derjenige, der produktiv ist, also, dass ich hier vor Ihnen einen Vortrag halten kann, das ist ja darin begründet, dass ich darin den Sinn sehe, vor Ihnen einen Vortrag zu halten. Also wenn ich keinen Sinn sehen würde, vor Ihnen einen Vortrag zu halten, dann wäre das schlecht. Und weil ich darin den Sinn sehe, deswegen halte ich hier den Vortrag von elf bis zwölf. Und Sie, wenn Sie das nicht wertschätzen würden, wenn Sie jetzt durch alle möglichen anderen Betätigungen mir deutlich machen würden, dass Sie das eigentlich gar nicht interessieren, was ich Ihnen erzähle, und sich spätestens nach zehn Minuten der Saal gelehrt hätte, dann müsste ich meine Arbeit einstellen. Also für die Arbeit braucht es immer zwei Dinge. Einmal derjenige, der Sie hervorbringt, der muss einen Sinn darin sehen. Und derjenige, der Sie in Anspruch nimmt, der muss Sie wertschätzen. Und da haben wir wieder ein gesellschaftliches Problem. Dass ja doch viele, also Sie hier sicher ausgenommen, aber dass es ja viele Menschen gibt, die meinen, Sie arbeiten für sich. Es gibt ja auch viele Menschen, die meinen, Sie leben von Ihrem Einkommen. Das ist ein Irrtum. Haben Sie das schon mal beobachten können, dass jemand von seinem Einkommen lebt? Also ich habe das noch nie erlebt bei mir in den 66 Jahren, wo ich auf der Welt bin. Ich lebe immer von der Leistung anderer. Ich lebe immer von der Leistung anderer. Rechne immer damit, dass andere für mich tätig werden. Verlasse mich drauf, vertraue darauf, dass andere für mich tätig werden. Man muss damit rechnen, dass andere sich darauf verlassen, dass ich für sie tätig werde. Also wir sind heute in einer gesellschaftlichen Realität, wo wir immer für andere tätig werden. Also man könnte sagen, Wirtschaft ist das füreinander leisten. Es ist immer ein füreinander leisten. Wenn Sie keinen Kunden finden, ist Ihre Arbeit obsolet. Und wenn Sie selbst keinen Sinn in Ihrer Arbeit finden, dann sollten Sie lieber aufhören. Weil er wird ja auf Dauer immer schlechter. Und die Kunden laufen Ihnen weg. Das ist der Zusammenhang. Und in dem Moment, wo Sie meinen, dass Sie deswegen arbeiten, weil Sie leben wollen, müssen Sie sagen, das ist ein Irrtum. Leben kann ich nur, weil andere für mich arbeiten. Andere können leben, weil ich für Sie arbeite. Dieses, ich hoffe, dass das nicht so kompliziert ist, aber Sie können das leicht beobachten in der Gesellschaft, diese Realität einer Gesellschaft von Fremdversorgern und Fremdversorgten. Das sind wir. Wenn wir das uns mal wirklich nicht nur als eine Denkmöglichkeit erfassen, sondern wirklich auch emotional sozusagen mit unseren Herzen, unseren Seelen auch so erleben könnten, dann hätten wir eine andere Situation in der Gesellschaft. Wir würden dann zum Beispiel viel mehr Wertschätzung in unserer Gesellschaft erleben. Und heute muss man eigentlich sagen, unsere Gesellschaft leidet darunter. dass wir vieles geringschätzen, was um uns herum geleistet wird. Vielen Dank für den Applaus, der gehört nämlich wirklich dahin. Stellen Sie sich mal vor, wir würden Kraft, also nicht aus Höflichkeit, sondern Kraft Einsicht, würden wir sagen, das ist notwendig. was der andere macht. Ich bin froh, dass der das macht. Dankbar. Ja, weil wenn der es nicht machen würde, müsste ich es ja machen. Dankbar sein dafür. Also diese Wertschätzung, weil diese Wertschätzung ist ja für den anderen, das begünstigt, das begünstigt ja seine Möglichkeit zur Selbstmotivation. Selbstmotivation. Das lernt man natürlich als Unternehmer, wenn man nicht verschlafen ist, ziemlich schnell, dass die Menschen nur dann tätig, gerne tätig werden, wenn sie auch den Eindruck haben, dass man sie als, dass man sie in ihrer Produktivität auch wertschätzt und sie nicht als einen Kostenfaktor betrachtet. Großes Problem in unserem, in unserem, unserer sozialen Situation, dass man die Menschen als Kostenfaktor betrachtet. Das ist, aber schauen Sie mal, die Menschen in einem Unternehmen zum Beispiel als Kostenfaktoren zu betrachten, das ist ein reiner Denkertum. Das können Sie, das können Sie durch Beobachtungen, können Sie das, durch Wahrnehmung, können Sie das durch nichts bestätigen. Da gibt es keine Empirie dafür. Das ist eine reine Illusion. Das ist eine Einbildung. Und die Illusion ist aber so stark, dass sie unser ganzes Leben prägt. Dass sie unsere gesellschaftliche Realität prägt. Der Mensch im Unternehmen als Kostenfaktor. Kosten reduzieren das Ergebnis. Einverstanden? Aber die Menschen im Unternehmen führen doch das Ergebnis herbei. Hm? Stell dir mal vor, so eine DM-Druckeriemarkt-Filiale, da gegenüber ist einer. Können Sie in der Mittagspause mal hingehen. Ganz begeistert, wenn Sie kommen. Wenn da meine Kolleginnen und Kollegen mit wären, dann wird der Laden zu. Da würde nichts passieren. Also, dass da heute Abend was in der Kasse ist, was Sie da vielleicht noch ein bisschen aufmöbeln können. Das kommt daher, dass die da sind, dass die da tätig sind. Und so ist es in der gesamten, in unserer gesamten Gesellschaft. Wertschätzen wir das genug? Weil diese Wertschätzung ist so wichtig. Oder, schauen Sie mal, denken Sie mal an die Arbeit, an die Familienarbeit. Welche Mutter hat nicht schon einmal gehört? Welche Mutter hat nicht schon einmal gehört? Meistens von irgendeiner Freundin. Das ist ganz interessant, wie das so läuft. Ich sage dann, du sage mal, arbeitest du eigentlich oder bist du zu Hause bei deinen Kindern? Der Herr Sarrazin, das scheint ja ein besonderer Sozialkünstler zu sein. Der hat zu mir mal gesagt, in einer Talkshow, deswegen sage ich das hier so unverblümt, hat er gesagt, Herr Werner, mit Ihrem Grundeinkommen, wie stellen Sie das eigentlich vor? Da tun sich zwei zusammen, machen sich zehn Kinder und leben dann in Saus und Braus von dem Grundeinkommen. Ich habe dann nur ganz verblüfft zu ihm gesagt, da haben die Leute auch noch applaudiert. Das ist ja immer so eine Klatschkolonne in diesen Talkshows. Ja, da müssen Sie mal hingehen. Die werden auch vorher, werden die schon gedrillt, auf welches Signal sie dann klatschen sollen. Das ist alles gestaltet. Ja, da habe ich gesagt, es ist verblüfft. Sagen Sie mal, meinen Sie nicht, dass zehn Kinder wahnsinnig viel Arbeit machen? Das wäre doch schön, wenn es sich da ein paar gäbe, die sich jetzt zusammenschließen und sagen, guck mal, dass wir mal zehn junge Blogger da in die Welt bringen, um die Gesellschaft zu befeuern. Das ist ja eine ganz wesentliche Arbeit. Sie sollten es aber nicht machen, wenn Sie keinen Sinn drin sehen. Aber Sie können es nur machen, wenn Sie auch das entsprechende Einkommen generieren, mit dem Sie dann die entsprechenden Lebensverhältnisse sichern können, dass Sie die zehn Kinder dann auch adäquat so auf Ihr Leben vorbereiten können, dass Sie dann nach Ihrer gelungenen Erziehung in die Selbsterziehung einsteigen können. So läuft doch das Leben ab. Also da müssen wir doch als Gesellschaft die Rahmenbedingungen machen. Dieser schlichte, dieser schlichte Gedanke ist der des Grundeinkommens. Und da muss ich Ihnen sagen, das kann nur kommen, wenn die Gesellschaft diese Idee als für sich evident empfindet. Und meine ganze Hoffnung ist, heute da so ein paar von Ihnen zu finden, vielleicht Sie, vielleicht Sie, die dann sagen, ich bin zwar sehr skeptisch, sehr ungewohnt, aber so groß ist mein Erfahrungsgefängnis und mein Vorstellungsgefängnis und meine Vorurteilsbarrikade noch nicht, als dass ich das mal zur Seite räumen könnte und sagen, ich will mal so ganz das Ergebnis offen in die Gesellschaft schauen und mal mich fragen, ob das nicht eine gesellschaftliche Perspektive, ein gesellschaftlicher Polarstern sein könnte, den es sich lohnt zu verfolgen. Wenn das hier gelingen könnte, dann hat die Sache nicht nur Sinn, sondern auch Erfolg gehabt. Und die Folge dieses Erfolges wäre, dass Sie plötzlich anfangen, so in die Gesellschaft zu schauen und dass Sie dann anfangen zu träumen. Zu träumen, ne? Unternehmer, also Unternehmer sind ja, und Sie sind ja alles Unternehmer, oder? Jemand dabei, der kein Unternehmer ist, alle, Sie sind mindestens Lebensunternehmer. Das werden Sie hoffentlich nicht abstreiten wollen. Sie sind mindestens Lebensunternehmer. also die Folge dieses Erfolges wäre, dass Sie dann sozusagen mit diesem lebensunternehmerischen Blick in die Gesellschaft schauen und dann sich sagen, ja, tatsächlich, das macht Sinn. Und dann anfangen zu träumen und sagen, wie wäre das eigentlich gewesen, wenn ich mit so einem Grundeinkommen auf die Welt gekommen wäre? So eine Art Begrüßungsgeld für die Eltern, ne? Nicht auf die Welt, ne? Hätten dann meine Eltern nicht ganz andere Art von Sorgen gehabt? Oder wenn ich dann, wenn ich dann, mit der Volljährigkeit über das Grundeinkommen hätte selbst verfügen können, hätte ich dann den gleichen Beruf ergriffen, den ich ergriffen habe? Hätte es dann diese Auseinandersetzung geben müssen mit den Eltern, die es gegeben hat? Dass ich denen klar gemacht habe, was ich eigentlich wollte? Wäre das nicht ganz anders? Und wäre heute mein Verhältnis nicht auch ganz anders zu meiner Lebenspartnerin oder zu meinem Lebenspartner, wenn jeder sein Grundeinkommen hat? Zu meinen Schwiegereltern? Wenn wir unser Grundeinkommen hätten und meine Lebensperspektive im Alter, wenn ich weiß, Grundeinkommen, verfassungsrechtlich garantiert, von der Wiege bis zur Ware, in einer Größenordnung, dass ich davon immer bescheiden, aber menschenwürdig leben kann, nicht den Saus und Brausen. Nein, da muss man schon was dazu tun. Aber ein Grundeinkommen in der Weise, dass die Gesellschaft eigentlich sagt, ja, weil du eine Schwester und weil du ein Bruder bist in unserer Gesellschaft, deswegen hast du ein verfassungsrechtliches Recht auf dieses Grundeinkommen. So nach dem Motto, ja, und dann zeig mal, was du kannst. Ja, dann steig mal ein in die Gesellschaft. Dann mach mal das, wo du siehst, wo du glaubst, dass es notwendig ist, wo du einen Sinn drin siehst. Nicht, weil du musst, nicht, weil du musst, sondern weil du willst. Tun Sie mal sich rein, träumen in eine Gesellschaft, wo Sie mit lauter Menschen zu tun haben, potenziell, potenziell, ausnahmestätigen die Regeln, aber potenziell mit Menschen zu tun haben, die alles, was sie machen, machen, weil sie wollen. und idealerweise nichts tun, was sie nicht wollen und nur deswegen, weil sie müssen. Das wäre dann eine ganz andere Gesellschaft. Diese Wandeln vom Wollen vom Sollen zum Wollen. Der Jean-Jacques Rousseau, der hat es noch besser ausgedrückt, der hat gesagt, Freiheit, und da merken Sie, dass es sehr was mit Freiheit zu tun hat, Freiheit ist nicht, nicht tun und lassen zu können, was man will, sondern Freiheit ist die Möglichkeit, nicht tun zu müssen, was man soll. Aber das müsste doch ein persönliches inneres Anliegen sein, sich in Verhältnisse zu begeben oder an Verhältnissen mitzugestalten, die dazu führen, dass man das tut, worin man einen Sinn sieht. Übrigens, die Geschichte mit den Kindern, die ging damals noch weiter. Die will ich jetzt Ihnen an der Stelle weiter erklären. Also, sie haben dann gemeint, die Kinder, ja, also, und dann meldete sich ein Junge, nein, ein Mädchen war es. Ein Mädchen meldete sich und sagte, ja, ja, und die Mami, die ja das alles für uns macht, die macht das meiste ja gar nicht gerne. Das hat sie richtig beobachtet, denke ich, ne? Das ist ja nicht nur vergnüglich, so Hausarbeit, ne? In der Erziehung. Sagt die, mit zehn Jahren, die Mama, die das alles für uns macht, die macht das meiste davon ja gar nicht gerne. Und dann meldet sich ein Junge, deswegen ist es wichtig, das war ein Junge, der sagt, ja, aber die Mama macht das, weil sie uns liebt. Ja, gibt es eine andere Begründung dafür? Also deswegen ist nicht die Frage, ob wir das, was wir machen, gerne oder weniger gerne machen, sondern ob wir einen Sinn drin sehen. Das Motiv der Liebe könnte so einen Sinn abgeben. Deswegen kann man seine Kunden gar nicht genug lieben, ne? Das ist doch ein Unterschied, schauen Sie, als Fremdversorger sind Sie immer für Kunden tätig. Als Selbstversorger sind Sie immer für sich selbst tätig. Und dieser Denkirrtum zu meinen, wir wären für uns selbst tätig, der führt natürlich dazu, dass Sie den Kunden aus dem Auge verlieren. Weil in der gesellschaftlichen Realität in den vergangenen Tausenden von Jahren bis kurz vor die letzten Jahrzehnte, der war ja, dass man zusammen mit, und in den Entwicklungsländern können Sie es ja noch beobachten, dort wo Selbstversorgung noch vorherrscht, dass die Menschen zusammen mit ihrer Familie auf Grund und Boden gegen die Unbillen der Natur für sich selbst tätig sind. Eine völlig andere soziale Situation wie wir heute. Wir sind heute zusammen mit anderen Menschen, die wir zum Teil gar nicht kennen, in komplexen, erdumspannenden Wertschöpfungsketten sind wir tätig, immer für andere, die wir vielleicht auch gar nicht kennen. Wenn Sie da bei Mercedes in Stuttgart arbeiten und dann nach Argentinien fahren, sagst du, ah, guck mal, die werden bei uns hergestellt, da, wo ich tätig bin, da bauen wir diese Dinger. Ich bin so froh, dass es fährt. Ganz glücklich, dass der Fahrer dann sagt, ja, bester Auto, weil ich je gefahren bin, in Argentinien. Rückwärts hat er sozusagen ihr Einkommen generiert. Vorwärts haben sie die Leistung, zum Kunden hin haben sie die Leistung generiert und rückwärts zu ihnen generiert sich das Einkommen. In einem weltumspannenden Wertschöpfungsprozess. Völlig andere gesellschaftliche Realität wie noch vor 100, 150, 200 Jahren. Dass man das mal so im Prozess sich klar macht. Und dann wird es einem innerlich immer evidenter, dass man sagt, naja, das würde unsere Gesellschaft verändern. Die Idee des Grundeinkommens setzt eine Revolution im Kopf voraus. Und wenn wir Einzelnen, wir Einzelnen Souveräne in unserer Gesellschaft, nämlich der Souveränen in der Gesellschaft sind wir. Nicht die Experten, nicht die Politiker, auch nicht die Blogger. Sondern jedes einzelne Individuum ist Souveräne in der Gesellschaft. Wenn wir das nicht, wenn wir das nicht anfangen können, umzudenken, also diese Revolution, wie heißt das schön, der Kopf ist rund, damit die Gedanken ihre Richtung ändern können. Also wenn wir diese Revolution in unserem Kopf nicht vollziehen, dann wird es schon nichts verändern. Da brauchen Sie sich gar nicht beklagen. Dann geht es gerade so weiter wie bisher. Und wenn es so weiter geht wie bisher, geht es abwärts. Immer, wenn es so weiter geht wie bisher, geht es abwärts. Das ist eine Schöpfungsgesetzmäßigkeit. Das war immer so. Deswegen gibt es ja diese berühmte Wette vom Faust und Mephisto. Das ist ja das Signal. Werde ich es zum Augenblicke sagen, verbleibe doch, du bist doch schön. Also da liegt es drin. Können wir uns darauf einlassen. Wollen Sie sozusagen mit dieser persönlichen, individuellen, ergebnisoffenen Forschungsfrage sich in Zukunft in der Welt bewegen. Und dann kann ich Ihnen nur empfehlen, egal wo Sie sind, wenn es mal langweilig wird, bei einer Familientreffen oder egal was, Kollegen treffen, fangen Sie an mit einem bedingungslosen Grundeinkommen. Ich garantiere Ihnen, der Abend ist gelaufen. Und das ist das eine. Das Ergebnis ist ganz sicher. Das zweite Ergebnis ist schon ein bisschen, da muss ich Sie vorwarnen. Das zweite Ergebnis ist, das sind ja meistens Menschen, mit denen man sich vertraut fühlt, mit denen man da so Familien treffen oder wir haben jetzt gerade demnächst wieder Konfirmation, mit denen fühlt man sich vertraut irgendwie und plötzlich merkt man, an dem Reden über Grundeinkommen, ja, Donnerwetter, der hat ja ein Menschenbild, da bin ich ganz platt. Da bin ich ganz platt. Da gibt es doch tatsächlich Menschen überhaupt nicht. Ja, dann tut keiner mehr was arbeiten. Und dann machen Sie es bitte so, wie ich es mache immer. Wenn dann jemand behauptet, ja, Grundeinkommen, da wird ja keiner mehr was arbeiten. Merken Sie, wie der im Kopf hat, Arbeit, Einkommen, wie das so ein Wirkungsmechanismus ist. Dann müssen Sie gleich sagen, ja, was würdest du machen? Und dann behaupte ich, zu 100 Prozent, das ist eine absolute Ausnahme, dass jemand sagt, ja, genau darauf habe ich gewartet. Hängematte ist schon vorbereitet. Schnappe ich mir, verschwinde im Wald. Nein. Also, 100 Prozent sagen die Menschen, höre, klar, ich weiß doch, auf was es ankommt. Das ist doch logisch. Was einem daran auffällt, ist, dass man merkt, die meisten Menschen haben zwei Menschenbilder in sich. Eins von sich selbst. Das ist das Humanistische. Sie können es beobachten, wirklich. Das ist das Humanistische. Und dann haben Sie noch ein zweites. Das ist das Menschenbild, was Sie von Ihren Mitmenschen haben. Das ist das Materialistische. Materialistische Mensch. Menschenbild. Das heißt, der Mensch ist ein determiniertes Reizreaktionswesen. Und genau so sehen wir unsere Mitmenschen. Nehmen Sie mal zum Beispiel den Bereich der Werbung. Bereich der Werbung. Ich sage zu meinen Studenten immer, nehmen Sie irgendwelche Illustrierten, die Sie haben, gehen Sie mal die Werbebotschaften durch und fragen immer, was für ein Menschenbild ist dahinter. Da werden Sie feststellen, 95 Prozent, der Mensch ist ein determiniertes Reizreaktionswesen. Können Sie es selbst ausprobieren. Er hat noch nie einen Mensch gefunden. Und das wäre bei Ihnen genauso, wenn ich das sagen würde, empfinden Sie sich als determiniertes Reizreaktionswesen. Da sind Sie wahnsinnig geworden. Kommen Sie mir vor. Das ist ganz interessant. Und mit diesem marzialistischen Menschenbild, was so nach der Maxime folgt, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Das kennen Sie, ja. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Das ist gesellschaftlich anerkannt. Steht auch im Koalitionsvertrag. Umformuliert, aber wollen wir es ja drin vertiefen. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Ja, wie wollen Sie, nimmst du das mal ernst, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Das kann doch nur heißen, Vertrauen für mich, Kontrolle für Sie. Oder umgekehrt. Wie wollen Sie da eine Lebensgemeinschaft mit begründen? Mit Ihrer Frau oder mit Ihrem Mann? So nach dem Motto, Vertrauen für mich, Kontrolle für dich. Es stimmt, dass es oft so probiert wird, gar keine Frage. Aber das kann ja das Ziel sein. Damit können Sie keine, damit können Sie keine Sozialität gestalten. Stell dir mal vor, wir haben, wir haben 1200 Filialen in Deutschland, also wie diese Dinger da drüben, so 1200. Und ich hätte dieses, ich würde das ernst nehmen, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Da können Sie gar nicht schlafen. Was glauben Sie, was in 1200 Filialen so alles passieren kann? Die Folge wäre an jeder Ecke eine Videokamera. Okay, aber gibt es ja, aber das bringt auch nichts auf Dauer. Es bringt ja nur Ärger an der Öffentlichkeit, aber wer soll das auswählen? Also das geht gar nicht. Und wir könnten gar nicht leben, wenn wir immer sagen, Sie könnten zum Beispiel überhaupt nicht Fahrstuhl fahren. Fahrstuhl fahren würde sich ausschließen, mit Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Natürlich, Sie müssten alles kontrollieren, dann können Sie Fahrstuhl fahren, aber dann sind die Treppen ja schon hochgelaufen. Also worauf ich raus will, ist doch die Tatsache der Arbeitsteilung funktioniert nur deswegen, weil wir es dem anderen immer zutrauen, dass er seine Leistung auch tatsächlich bringt. Sodass unsere Lebensmaxime nie sein dürfte, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, obwohl jetzt jeder von Ihnen kennt den Slogan, hoffentlich nur ganz wenige, sich zur Maxime machen. Aber die Maxime müsste sein, da gibt es von Freier von Stein einen schönen Spruch, der heißt, Zutrauen veredelt den Menschen, ewige Vormundschaft hemmt sein Reifen. Und das Grundeinkommen ist Ausdruck von Zutrauen. Sag ihm, jawohl, wir sichern dir deine Grundbedürfnisse, dass du bescheiden, aber menschenwürdig leben kannst. Und jetzt zeig mal, was du kannst. Zutrauen veredelten Menschen, ewige Vormundschaft hemmt sein Reifen. Und zwar, da wollen wir dir gar nicht reinreden. Das kannst du machen, wie du willst. Da bist du selbst verantwortlich. Da musst du selbst am Schluss dich fragen, ja bin ich mit diesen Talenten gut umgegangen, die mir die Gemeinschaft zugebilligt hat. Der Christus wird ja später nicht einmal fragen, im jüngsten Gericht, also wird er wahrscheinlich vorkommen, auch bei ihm. Zwangsläufig, die Lebensbiografie ist ja hochdramatisch und endet garantiert tödlich. Also, der wird ja schon fragen, was hast du eigentlich mit deinen Talenten gemacht? Der wird nicht fragen, warum hast du so viele Talente gehabt? Also der macht dem Ackermann nicht den Vorwurf, warum hast du so viele Einkommen generiert? Sondern er wird sehr genau fragen, was hast du mit deinem Einkommen gemacht? Bist du damit verantwortlich umgegangen? So ist das beim Grundeinkommen auch. Also Sie merken, Fragen, Fragen, viele Fragen, die Uhr haben wir eigentlich jetzt. Wo ist der Kollege, der wird die Uhrzeit? Bitte? Viertel vor. Viertel vor. Oh, ist ja noch gar nicht so spät, wie ich dachte. Also, dann gehen wir noch mal zum anderen Denkirrtum über, um Sie ein bisschen zu provozieren. Bitte? Ja, Fragen können Sie auch. Wir könnten auch zu Fragen übergehen, das ist eine gute Idee. Sehr gute Idee. Dann höre ich an der Stelle auf. und vielleicht brauchen wir noch einen griffigen Schlusssatz. Und den können Sie natürlich für Ihr ganzes Leben einsetzen. und das lohnt sich wirklich. Einfach dieses, und das tut auch die Arbeit sehr erleichtern. Diesen Schlusssatz, den ich Ihnen jetzt sage, also, das tut die Arbeit sehr erleichtern. Kommen ja ständig Menschen auf einen zu und haben irgendwelche Anliegen. Oder man hat selbst Anliegen, die man mit jemandem bespricht. Wird um Probleme gesprochen. Und da habe ich mir dieses, diesen, ja, was ist das eigentlich? eine methodische Vorgangsweise angewöhnt. Wenn Sie das jetzt in einem Spruch ausdrücken, dann heißt es, wer will, wer will, findet Wege. Wer nicht will, findet Gründe. Und wirklich, Sie erleichtern sich, wenn Sie immer gleich fragen, sagen Sie mal, wollen Sie eigentlich? Wollen Sie? Wollen Sie, dass wir was verändern? Oder wollen Sie mir nur klar machen, dass alles beim Alten bleiben muss? Dass Sie dafür Gründe finden, das traue ich Ihnen zu. Das ist eine Frage der Fantasie. Aber entscheidend ist, was wir miteinander wollen. Also, wer will, findet Wege, wer nicht will, findet Gründe. Und das natürlich bei der Überlegung, mit dem Grund, dann kommt es gleich. Hier haben wir ein Mikrofon. Und es wäre einfach schön, wenn Sie sich in Richtung des Mikrofons bewegen und dann Ihre Frage stellen. Bitte schön. Ja, vielen Dank. Ich glaube, ich kann Ihrem Paradigmenwechsel sehr gut folgen, also die Abkopplung von Arbeit und Einkommen. Und ich glaube, das geht vielen hier auf der Republika ähnlich. Denn dieser Open-Source-Gedanke, dass man eben nicht unbedingt für Geld arbeitet, sondern für andere Gratifikationen, ist ja gerade in der Wikipedia-Blogger-Szene sehr vertreten. Also, ich glaube, da bringen Sie hier schon ein bisschen Eulen nach Athen. Also, da sind wir vermutlich, viele von uns, ganz Ihrer Meinung. Ich habe Ihr Buch auch gelesen, was mich allerdings noch nicht überzeugt. Das kann ich Ihnen auch empfehlen, übrigens. Ich finde den Gedanken auch absolut sympathisch, wie gesagt, völlig d'accord mit Ihnen. Aber, was mir persönlich nicht so behagt, ist dann doch wieder dieser Ruf nach Vater Staat, Staatsbürokratie, Steuern, und dann wird das umverteilt, weil die geschichtliche Erfahrung zeigt, der Staat, eine Bürokratie, ein hierarchisches Monopol, hat als soziale Umverteilungsmaschine eigentlich immer nur sehr schlecht funktioniert. Da gibt es immer wieder Machtmissbrauch. Also, gibt es nicht eine Methode, ohne Staatsbürokratie, ohne das, wie wir es bisher hatten, also den von oben diktierten Sozialstaat, der ja auch immer wieder zum Missbrauch einlädt, gibt es nicht ein intelligenteres Verfahren, um Arbeit und Einkommen voneinander abzukoppeln? Vielleicht gibt es einen, der auf die Idee kommt. Aber ich denke, wir müssen uns ja in der Gesellschaft klar machen, was hat denn die Gemeinschaft für eine Aufgabe. Und die Gemeinschaft hat ja nur die Aufgabe, dass das Gemeinschaftliche auch hergestellt wird. Und gerade wenn man im Ausland tätig ist, dann weiß man ja, wie dankbar man sein kann, wenn so ein Staatswesen, so ein Gemeinwesen einigermaßen funktioniert. Also die Infrastruktur, mit dem Begriff mal so sagen, die ist notwendig. Aber nehmen Sie doch ein viel einfaches Beispiel. Sie alle sind ja Verkehrsteilnehmer. Jetzt stellen Sie sich mal vor, der Verkehr, der Straßenverkehr, der Individualverkehr, der ja uns eine große Freiheit verschafft. Das ist ja wirklich freiheitsstiftend, der Individualverkehr, ohne dass der Staat die Regeln setzt, die Verkehrsregeln setzt, sie auch überwacht, die für die Straßen sorgt, sie auch ausbessert hoffentlich demnächst. Das ist doch nicht freiheitseinschränkend, sondern das ist freiheitsfördernd. Der Moment, wo das weg wäre, wäre innerhalb von eines Tages, innerhalb von zwei Stunden, würde das gesamte Individualverkehr zusammenbrechen. Wenn der Staat würde sagen, jetzt tun wir mal alle Ampeln abstellen, alle Verkehrsschilder einziehen, das ist notwendig. Oder stellen Sie sich mal vor, die Bundesliga, die Bundesliga, wenn man sagt, naja, auf die Kreativspieler kommt es drauf an. Schiedsrichter, das brauchen wir alles nicht und Regeln auch nicht. Ich würde spätestens dann zusammenbrechen. Frau? Ja, also ich habe eine Frage. Also erstmal würde ich jetzt gerne mal zu meinem Vorredner sagen, also der hier so in den Raum gestellt hat, dass der Sozialstaat ja immer zum Missbrauch einlädt. Also da gibt es ja, das ist ja jetzt auch ein bisschen Polemik. Da gibt es, das ist ja ganz klar mit Zahlen auch bekannt, dass das nur ein sehr geringer Anteil ist. Also so eine Hetze gegen Hartz IV-Empfänger, finde ich, brauchen wir jetzt hier auf der Republika nicht. Sie können auch die Sinnhaftigkeit des Individualverkehrs nicht am Unfallgeschehen deutlich machen. Nein, ich habe gar nicht über den Individualverkehr. Nein, 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 ich stimme Ihnen zu. Ich will bloß das auf die, zu beknüpfen mit meinem Beispiel. Ja, bitte, ja. Also ich finde auch Ihre, also ich finde das alles ganz interessant, aber ich würde jetzt schon auch mal in Zweifel ziehen, dass die Mehrheit der hier anwesenden Leute ihre Arbeit nicht gern macht. Also da könnten wir mal, hätten wir ja vielleicht auch mal eine Umfrage machen können, dass die Leute sich melden. Also ich fand, ich fand das alles ganz, ich fand das alles ganz interessant, was Sie gesagt haben, aber ich fand, dass Sie eigentlich ein bisschen wenig belegt haben von dem, was Sie so in den Raum gestellt haben und einfach postuliert haben, ja, es ist, wir leben in einer Gesellschaft, in der man, in der man irgendwie, in der Arbeit, was ganz Schlimmes ist und in der Arbeit für die meisten Leute keinen Sinn stiftet. Und ich finde das nicht so gut, wenn Sie das erstens nicht belegen und wenn Sie zweitens auch nicht sagen, wie das eigentlich finanziert werden soll mit dem Grundeinkommen. Natürlich ist es immer richtig, auch große Visionen zu haben, aber ich finde es auch problematisch, eben so eine Politik voranzutreiben, die eher nicht so auf Wahrheit setzt und eher so charismatisch im Raum herumschwebt. Also ich sehe da jetzt nicht so einfach den großen Sinn drin. Ich finde es schon gut, wenn man sagt, naja, man braucht Verbesserungen bei Hartz IV und so und dass die Leute so, aber ich finde einfach, wenn Sie überhaupt nichts belegen, wenn Sie einfach nur so Dinge in den Raum stellen und einfach so sagen, ja, so ist es eben, dann weiß ich auch nicht. Es könnte ja auch einfach sein, dass Sie keinen Bock haben auf Lohnnebenkosten. Wieso denn? Warum kann ich denn nicht was sagen? Also dann frage, dann bitte frage, wie wollen Sie es finanzieren oder geht es Ihnen nur darum, Ihre Lohnnebenkosten zu senken? Also, das Letzte war eine Unterstellung. Da tue ich mal nicht darauf antworten, aber die Frage, die Sie hatten, war doch mit dem Belegen. Warum belegen Sie das nicht? Ja, Entschuldigung. Ich gebe Ihnen eine Anregung und Sie müssen sich fragen, was Sie damit machen. Also meine Vorgangsweise, meine Methode ist doch nicht, Ihnen Antworten zu vermitteln, sondern meine Methode ist, bei Ihnen Fragen zu erwecken. Und das wird sich bei Ihnen, das können Sie selbst beobachten, das können Sie selbst fragen, ja, ist das wirklich so, wie das der Herr Werner gesagt hat? Dann können Sie vielleicht am Schluss sagen, das war ganz witzig, aber in Wirklichkeit ist das ganz anders. Oder Sie können sagen, das wird mir jetzt deutlich. Also, das Entscheidende ist doch, nicht mit wie vielen Antworten gehen Sie raus, sondern mit wie vielen Fragen gehen Sie raus. und da Sie ja sozusagen alle in dem Experiment, in dem hochspannenden Lebensexperiment drinstecken, können Sie sich die Fragen alle selbst beantworten, wenn Sie das wollen. Aber wer fragt, der sucht dann auch und findet Wege. Ja, mit der Finanzierung, das ist ganz leicht gesagt. Na ja, also, Sie können sich vorstellen, diese Frage ist mir schon tausendmal gestellt worden. Und jetzt kann man salopp drauf sagen, kann sagen, das ist ja schon finanziert. Aber die Tatsache, dass Sie hier sitzen, ist ein Beweis dafür, dass Sie ein Einkommen haben. Jeder, der hier sitzt, hat ein Einkommen. Jeder, der, Sie können in der Gesellschaft gar nicht anders leben, als wenn Sie ein Einkommen haben. Und die Menschen, die kein Einkommen haben, denen tun wir eins verschaffen. Über sehr komplizierte, teure Verfahren, die auch noch dazu, die Menschen in persönliche Nöten bringen. Das nennt man dann unsere Sozialhilfe. Das ist die Sozialhilfe. Also Hartz IV ist ja nichts anderes wie ein bedingtes Grundeinkommen. Das Neue an der Idee ist, dass das bedingungslos gegeben wird. Bis in eine bestimmte Höhe. Also es würde sich ja gar nichts anderes, gar nicht viel mehr verändern, wie die Tatsache, dass man sagt, alles bleibt, wie es ist. Das ganze Sozialhilfe-Gesetzbuch in seinen mehr oder weniger sinnvollen Dingen, die sich da gestaltet haben. Und die Gesellschaft sagt, aber die 1.000 Euro, die ersten 1.000 Euro, oder 1.000 Euro, das ist dein Grundeinkommen. Das ist damit abgedeckt. Wenn du da noch mehr Forderungen hast nach dem Sozialhilfe-Gesetz, dann musst du es unter Beweis stellen. Also wenn du eine Krankheit hast, die dazu führt, dass du im Monat eine 1.000 Euro brauchst, sondern 5.000, so Krankheiten soll es ja geben, dann musst du es schon beweisen, dass du auch wirklich so krank bist. Das ist dann bedingt. Das ist ein ganz leichter Gedankenschritt. Und alles andere ist schon längst finanziert, sonst könnten sie gar nicht leben. Das muss nicht zusätzlich finanziert werden. Nur die, die jetzt dann weniger hätten wie 1.000, die müssten halt etwas mehr bekommen. Das sind in unserer Gesellschaft viel zu viele, aber Gott sei Dank sehr wenige. Da kommen Sie auf eine Größenordnung, gibt es inzwischen eine Dissertation von einem Herrn Presse, können Sie beziehen, im Karlsruher Universitätsverlag. Er hat mit einer 1 seine Promotion gemacht, schön dargestellt, irgendwo zwischen 35 und 40, 30, 35, je nachdem, wie Sie es rechnen, 35, 40 Milliarden Euro. Das ist also bei dem Bedarf, den die Berliner Landesbank hatte, relativ wenig. Und außerdem, zu der Dame, die gefragt hat, sind die Güter ja schon vorhanden? Also, so viel Güterüberschuss, dass wir 35 Millionen zusätzliche Konsumnachfrage bewältigen können, das sehen Sie mit bloßem Auge, allein wenn Sie in unseren Laden gehen. Also, glauben Sie wirklich, wir haben so viel, dass wir verkaufen müssen. Und Sie brauchen keine Angst zu haben, wenn Sie jetzt darüber gehen, dass der Laden leer wäre. Nein, nein, wenn Sie dann in die Kasse gehen und das gescannt wird, dann wird die Nachbestellung schon, der Lieferant freut sich schon, dass er wieder liefern kann. Also, Sie sind ganz begeistert, die Leute, wenn Sie liefern können. Das ist eine neue Situation. Früher hatten wir immer die Knappheit, aber wir denken, wir sind noch emotional in der Knappheit, gar nicht mehr vorhanden, das macht überhaupt keinen Sinn. Fünf Minuten, gell? Mein Zug fährt, das Flugzeug fliegt leider nicht, muss ich mit dem Zug fahren. Jetzt kommen Sie. Ja, vielen Dank. Der Vortrag hat mich auch sehr amüsiert, also war sehr unterhaltsam, wollte ich damit sagen. Ich habe auch viele Fragen. Eine Frage, die sich auch mit den von Ihnen immer genannten Gütern und Dienstleistungen verbindet ist, also diesem Überfluss an Gütern und Dienstleistungen ist, basiert das nicht gerade auf diesem System, das wir gegenüber auf der Straße bei dm beobachten können, dass da Leute zu Löhnen arbeiten, vielleicht eine sinnfreie oder auch für die Leute auch nicht sinnfreie, das will ich gar nicht entscheiden. Das ist deren Aufgabe, das zu entscheiden, ob es sinnvoll ist oder nicht, auf einem System basiert, das diese Leute ausbeutet. Das ist ein kapitalistisches System, in dem wir leben. Sie haben vorhin eine Parallele gezogen zu einem sozialistischen System, das so dann nicht funktioniert hat. Die Leute hatten zwar Geld, haben Sie gesagt, aber nicht die Güter. Diese Güter haben wir aber, weil dieses System auf die Ausbeutung beruht. Die Frage ist dann, die sich dann für mich damit verbindet, wenn wir ein bedingungsloses Grundeinkommen haben und dieses aus dem Status Quo heraus einführen wollen und es trotzdem ungleiche Verhältnisse in dieser Gesellschaft materieller Art gibt, ob es dann nicht diese Unheilgleichheit dadurch zementiert oder nicht. Das ist eine Frage, die ich mich gerade stelle und ob das dann nicht wiederum auch dazu führt, dass all das Geld, diesen Reichtum, die wir haben, Sie haben nach Kinderarmut gefragt und gefragt, ob wir uns das leisten wollen. Nein, das wollen wir nicht. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass wir ganz viel Geld haben, das wir anders einsetzen können, aber da, und da möchte ich am Vorredner widersprechen, denke ich schon, dass es sinnvoll ist, sich als Gesellschaft Gedanken darüber zu machen, was für die Gesellschaft und zwar nicht nur für die Deutsche, sondern global in irgendeiner Weise sinnvoll ist, und dafür Geld auszugeben. Aber ob das in diesem System da noch funktioniert, das weiß ich nicht. Also Erase and Rewind, also sozusagen alle auf den selben Status zurück, alle mit einem Grundeinkommen, also alle haben ein Einkommen, ein Dach über dem Kopf, haben genug zu essen, es gibt alle, nicht nur in Deutschland, haben das, dann kann man sinnvoll seine Zeit verbringen und ganz viel für diese Gesellschaft tun. Ansonsten ist auch von dem Menschenbild, das jeder in sich mitträgt, Sie haben von zwei verschiedenen Menschenbildern gesprochen, ich habe eine Frage gestellt, ich möchte es aber trotzdem ein bisschen herleiten. Vielen Dank für eure Geduld. Die Frage ist doch letztendlich dann, ob es aus dem einzelnen Menschenbild heraus jedes einzelne Menschen überhaupt funktionieren kann, ohne das Streben nach mehr, sozusagen nach Gewinn, ein solches System zu gestalten. Ich glaube das nicht. Ja, genau so wird es sein. Es wird gerade so weitergehen. Aber, Ja, aber wie will man es durchbrechen? Das ist ja meine Frage. Aber der Einzelne, der Einzelne ist dann zumindest in dem Lebensstand, der hat den Grundeinkommen einem ermöglicht, eben das bescheidene, aber menschenwürdige Leben, ist dann in der Lage, Nein zu sagen. Nein zu was? Nein zu sagen. Nein zu was? Zu all den Dingen, wie er glaubt, machen zu müssen. Zum Beispiel, da drüben bei dm zu arbeiten. Wenn er ein Grundeinkommen hat, kann er sagen, wie ist das eigentlich noch? Die Freiheit, sich in eine abhängige Beschäftigung zu geben, wäre dann gegeben. Ja, genau, ganz genau. Aber könnte nicht nach mehr streben in dem Moment, oder müsste was anderes ausprobieren. Also was Einkommen angeht. Ja, er tut was, dass er darüber hinaus von der Gesellschaft was bekommt. Wer arbeitet dann bei dm? Ja, die, die darin einen Sinn sehen. Die, die darin einen Sinn sehen. Gut, ich sehe darin auch einen Sinn und ich möchte diese Dienstleistung in irgendeiner Weise begütern. Also ich möchte sagen, das ist mir etwas wert. Das ist mir etwas wert. Ich sehe einen Sinn. Deswegen würden Sie das auch nur machen, wenn Sie dafür ein entsprechendes Einkommen bekommen. Ist doch klar. Also in einer Fremdversorgungsgesellschaft, wenn Sie haben wollen, dass eine Leistung für Sie generiert wird, haben Sie nur drei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit, Sie schaffen einen attraktiven Arbeitsplatz. Wenn uns das nicht gelingt, dann müsste es der Werner wieder selbst machen. Zweite Möglichkeit, Sie tun das automatisieren. Machen wir ja im großen Umfang. Und die dritte Möglichkeit, buchstäblich, Sie müssen es selbst machen. Sie müssen einen attraktiven Arbeitsplatz machen. Einen Arbeitsplatz machen, wo andere Menschen einen Sinn drin sehen und der wertgeschätzt wird. Das ist immer so. Anders geht es nicht. Das System, von dem Sie nebulös sprechen, ist immer das, wie Sie das System denken. Ich meine, die Gesellschaft verändert sich mit dem Grundeinkommen. Keine Frage. Herr Lander, ich bin jetzt unglaublich unromantisch. Ich bin es hier, weil ich glaube, ihr zugeht. Wir wollen nicht dafür verantwortlich sein. Das ist natürlich jetzt fast tragisch, dass jetzt gerade so viele, wenn Sie sagen, Sie wollen noch drei, vier Minuten oder so, nur nicht, dass Sie uns dann anschreiben. Wie viel Uhr haben wir denn genau? Jetzt haben wir es, glaube ich, fünf nach. Wie viel Uhr haben wir genau? Zwölf vor vier. Also jetzt machen wir noch die drei Fragen und dann fahre ich schnell weg. Hallo. Also ich fand den Vortrag ganz wunderbar und über Finanzierungsmodelle und solche Sachen und Menschenbilder kann man sich natürlich streiten und das muss man sich wahrscheinlich auch streiten. Das ist ein langer Prozess. Aber ich glaube, was man noch ganz doll bedingt bedenken sollte, ist, dass es nicht nur sozusagen diese Umverteilung oder dieses bedingungslose Grundeinkommen als organisatorisches Prinzip der gesellschaftlichen Wohlstandsverteilung braucht, sondern dazu halt auch, ich sage mal, eine andere Form von sozialem Ausgleich. Denn ich meine, es ist nicht nur so, dass die unteren sozialen Schichten nicht nur einfach nur weniger Geld haben, sondern sie haben auch eine ganze Menge weniger Bildung ganz oft. Sie haben daraus resultierend eine ganze Menge weniger Ideen, sich selbst zu verwirklichen. Also in der Soziologie spricht man da auch von Identitätsressourcen, ja. Also das heißt, mit anderen Worten, wir jetzt hier sind ein sehr dankbares Publikum. Wir sind, also so ungefähr, eine ganze Menge von uns haben uns sozusagen selbst erfunden. In bestimmten Arten machen das genau das, was wir machen wollen und uns ist dann sozusagen dieser monetäre Erfolg dann irgendwie auch gegeben auf die eine oder andere Weise und sehen halt in unserer Arbeit die Erfüllung. Und das heißt mit anderen Worten, ja, was glauben Sie, was man da noch machen könnte, sozusagen so als eine Art Bildung, Identitätsressourcen schaffen oder sowas, ja? Fragt sich doch jeder Einzelne einfach, was könnte ich besser machen, wenn ich ein Grundeinkommen hätte. Und da fällt Ihnen ganz viel ein. Ja, mir ja. Ja, eben, jeder Einzelne. Jeder Einzelne. Ja, aber in den unteren sozialen Schichten sehe ich das nicht. Wieso unteren sozialen Schichten? Sind Sie nicht die untere soziale Schicht? Auf so einer... Entschuldigung. Ich sage mal, ich sage mal so einkommensmäßig ja, ja, aber wenn man, aber wenn man in der Soziologie spricht man vom Prekariat, wenn man da noch sozusagen halt noch mal ein paar andere Dinge... Da können Sie als Grundeinkommen, können Sie dann das Blocker sein lassen und werden Sozialarbeiter. Vielen Dank für Ihren Vortrag. Sie haben den Begriff Gesellschaft benutzt. Ich habe den Eindruck gewonnen, Sie sagen, beziehen es auf eine Staatsgesellschaft. Für die Bürgergesellschaft, bitte, ja. Schauen Sie mal, Grundeinkommen würde doch unglaublich viel Bürgerinitiative entfesseln. Stell dir mal vor, Ihre Frau wäre auf Sie nicht mehr angewiesen, ne? Das wäre doch ein initiatives Moment. Entschuldigung für das Vorurteil, bei mir ist es leider umgekehrt. So spielt das Leben. Okay, die Frage geht darauf hin, also ich habe Bürgergesellschaft, okay, aber die Bürgergesellschaft, da habe ich Ihnen trotzdem den Eindruck gewonnen, das ist eher dann auf einen Staat, den Begriff, wie wir ihn heute sehen. Können Sie das noch im Kontext einer Weltgesellschaft, einer Bürgerweltgemeinschaft kitzieren? Na, also so wie der bismarckische Sozialstaat ja eine gewaltige gesellschaftliche Innovation war, die Vorbild war für viele, viele andere Staaten auf der Welt, so wäre das Grundeinkommen genauso. Das wäre ein Kulturimpuls. Stendet Deutschland an, so einen Kulturimpuls in die Welt zu bringen. Und das würde dort dazu führen, dass die, in Brasilien gibt es Initiativen, gehen Sie mal ins Internet, da gibt es, kennen Sie doch Internet, da gibt es diese internationalen Initiativen, also auch in Brasilien und in vielen Ländern, wird in der Schweiz, überall Grundeinkommen, Sie werden sehen, das wird kommen, das ist einfach die Folge unserer Konsumgesellschaft. Die Folge der, das ist so wie in der Agrargesellschaft, es eigentlich immer um Landverteilung ging, nämlich der freie Mann auf freier Scholle, der konnte dann wirtschaften, so hat es der Apostel Paulus auch gemeint damals, der muss halt sein Feld bestellen. So ist in der Konsumgesellschaft der freie Mann, weil er über ein Grundeinkommen verfügt. Okay, wie sehen Sie dann den Weg, eher einen Bottom-up-Prozess oder einen Top-down-Prozess, wenn man sich die UN-Sicherheitsrat... Bottom-up, der Wind der Gesellschaft, der Wind der gesellschaftlichen Veränderung muss immer aus der Gesellschaft wehen. Deswegen sind Sie ja so wichtig, Politiker sind unwichtig, weil die werden in dem Moment sich verändern, wo der Wind aus der Gesellschaft sich gedreht hat. So, vielen Dank. Professor Götz-Werner, vielen Dank. Vielen Dank.